Ich weiß eigentlich nicht so, Laura, mit ihr. Sie ist einfach verschwunden. Das ist eine Story. Hallo Freunde. Hallo Freunde. 80er Jahre Ikone, spurlos verschwunden. Geheimnis in der Vergangenheit. 30 Jahre später, Selbstmord. Die Welt ist wirklich voller Monster. Und ich mache aus ihnen Kunst. Runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020